Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, schon wieder ist eine Woche rum und weiter geht es jetzt hier. Ich bin doch nicht dazu gekommen, großartig mal hier reinzuschauen die Woche über, weil ich mal wieder so viel um die Ohren hatte, dass ich das total vergessen habe. Was natürlich auch ärgerlich ist wegen dem Login-Bonus. Dafür hätte ich ja eigentlich nur mal pro Tag einmal aufs Handy gucken müssen, aber selbst das habe ich vergessen, ich dumme Kuh. So, hier, wir haben schon eine Tagesaufgabe abgeschlossen und so wie es aussieht, haben wir wieder eine neue Mission. Was haben wir denn? Clubfreunde. Sende Club-Einladung an 10 Freunde, um 20 Diamanten zu erhalten. Der Club wird ab Rang 17 freigeschaltet. Was? Wie funktioniert das mit dem Club? Was hat das mit dem Club auf sich? Kann man hier so eine Art Gilde aufmachen oder was? Endet in 22 Stunden. Uh, eins müssten wir noch schaffen. Das wäre gut. Wie funktioniert denn das? Was ist denn das mit dem Club? Muss ich das verstehen? Wie geht das? Helft mir bitte. Du hast den Champion des Nordischen Jagdrennens gewonnen. Yay! Eine Freundesanfrage. Ich war Stallbursche, fleißiger Stallbursche. Neue Jagdrennensaison. Und ihr habt wieder mein Dorf besucht und gezüchtet habt ihr auch. Yay! Okay, cool. Habe ich jetzt alles? Ja, jetzt habe ich alles. Okay, dann wollen wir doch jetzt mal schauen, was dir die Woche über so alles angefallen ist. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Also, wir hatten hier ein neues Fohlen. Ähm, was wir aber noch nicht zu uns holen können. Weil, wegen Platzmangel. So. Wir gucken mal gerade zu unseren Schützen rein. Die werden uns ja nun als nächstes verlassen. Ist jetzt die Frage. Aha. Schwierig, schwierig, schwierig. Ganz schwierig. Auf Level 14 bekommen wir ihn hier jetzt. Aber ihn bis Level 15 jetzt durchzupushen, das wird ein bisschen too much. Das wird too much bei Luke. Ah, schade. Wir bekommen nicht mehr Diamanten. Dann hätte ich gern das Futter. Wenn ich einen Wunsch äußern darf. Ja, das bringt uns alle gar nichts, dass er entspringen verbessert hat, seine Fähigkeit. Denn der kommt ja sowieso weg. Ja, im Notfall schicken wir halt jetzt schon eins weg. Wie sieht es denn hier aus? 14. Vielleicht schaffen wir das ja diese Folge noch. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Aber wir können ja mal gucken, was dabei rumkommt. 180 haben wir. Ah, das wird eng. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Wir schicken ihn schon mal auf die Wiese zum Trainieren. Dann kann ich mal gerade gucken, wie viel das kostet, das Pferd zurückzuholen. Wie viel wird das kosten? Ah, es ist teuer. Das ist teuer. Sehr teuer. Rein theoretisch könnten wir doch unsere beiden Scheier, die könnten wir doch in die Oase packen. Und die werden da weiter trainieren, die schwarz-weißen. Denn wir haben ja jetzt die nächst bessere, ähm, die nächst höheren Seltenheitsgrad. Zumindest erstmal eins. Mit den anderen können wir ja noch ein bisschen weitermachen. So. Magic möchte herumlaufen. Dann macht man nämlich da noch weiter. Dann haben wir aber erstmal wieder eine Box frei. Ich muss mich natürlich um das Training der Pferde hier in der Oase, muss ich mich am Handy kümmern. Weil im, ähm, im Emulator bricht es leider ab. Da habe ich keine Chance, das irgendwie hinzubekommen. So, was haben wir denn alles in der, ja, Gras bräuchten wir noch mal Neues. Grünes Futter müssen wir noch mal herstellen. Grünes Futter haben wir so gut wie überhaupt nicht mehr. Mache ich direkt mal ein bisschen mehr von. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Ja, wie gesagt, Gras definitiv. Ja, Gras und Getreide, das bauen wir auch direkt mal an. Da haben wir nicht mehr wirklich allzu viel von. So, zack, zack. Und das Getreide noch dazu. Jawoll. So. Ähm, warte mal, haben wir hier, warte mal, Mais. Mais für Veresa. Haben wir sogar noch elf Stück. So, ach, Veresa ist so ein hübsches Pferd. Ich finde die so toll. So. Level elf ist die gute. Ja, da muss man noch ein bisschen was tun. Aber Veresa schicken wir jetzt auch schon mal wieder auf die Wiese. Zack, zack, zack. So. Und dann können wir dich eigentlich auch schon wieder auf die Wiese schicken. So. Äh, hier beim Züchten müssen wir noch reingucken. Das können wir aber eigentlich auch gleich machen. Wir holen jetzt erst mal... Oh Gott, wie nennen wir die gut denn? Matt heißt er. Ähm. Oh Gott, ich dachte gerade, dass wir abgestürzt. Ich möchte sie... Kann man das jetzt nicht mehr umbenennen? Ich kann sie nicht umbenennen. Das ist jetzt natürlich doof. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, weil den Namen, den finde ich nicht wirklich schön. Hey, wir haben den Zuchtmonat abgeschlossen. Ja, cool. Was haben wir dafür jetzt für eine Belohnung bekommen? Boah, aber gerade noch so eben. Mann, ich möchte sie umbenennen. Warum geht das denn nicht? Dann muss ich das mal am Handy machen. Da sollte das dann gehen. Weil ich würde sie nämlich gerne Mira nennen. Mira und Matt. Das fände ich ganz putzig. Ich hoffe, ich denke dran. Und nenne sie dann auch wirklich am Handy noch um. Nicht, dass ich das dann wieder vergesse. Und, äh, ja, ne? So. Ich würde sie jetzt gerne noch auf Level 5 bekommen. Damit sie auch direkt schon erwachsen ist. So süß sie ja ist. Aber ich würde gerne direkt noch den nächsten Scheierzuchtversuch starten. Das wäre eigentlich wirklich super, wenn wir das hinbekommen könnten. So, haben wir denn noch genug Mais? Nachdem deine Mama schon Mais gemampft hat. Ne, das war ja gar nicht. Magic haben wir ja nach draußen geschickt zum Rumlaufen. Mereza wollte den Mais. Oh, das gibt so wenig EP. Wir haben sie noch nicht mal auf Level 2. Komm, hier, Erdbeeren. Wie viel bringen denn Erdbeeren? 35 schon. Ein bisschen besser, ja. Auf Level 2 haben wir sie damit schon mal. Aber leider nicht wirklich weit. Zweimal gelbes Futter. Ich weiß, dass ich jetzt Diamanten damit rausschmeiße, dass ich hier permanent weiterklicke. Aber ich möchte sie jetzt ein bisschen pushen. Ich möchte sie jetzt gerade im Level ein bisschen pushen. Oh, Mensch. Gleich haben wir Level 3. Level 3. Zack. Level 3. Da haben wir es. Aber gerade so eben. Der Balken ist verschwindend gering. Der ist tatsächlich verschwindend gering. Man sieht ihn nämlich nicht. Oh Mann. Kannst du nicht mal irgendwas fressen, was dir wirklich was bringt? So was ganz Dekadentes? Was richtig Erfahrungspunkte reinhaut? Kirschen doch auch wieder nicht. Kirschen bringen doch auch so gut wie nichts. Glaub ich. Fünf Stück? Ja, 36. Das ist nicht wirklich viel. Ja, so ja schon eher. So ja schon eher. Aber ja gut, 38 ist jetzt auch nicht die Welt. Gut, auf Level 4 haben wir sie gleich. Dann müssen wir noch ein Level hinbekommen. Durchs Füttern. Zack. So, Level 4. Das haben wir schon mal. Äpfelchen. Äpfelchen bringen auch so gut wie überhaupt gar nichts, leider. Oh, so ein Äpfelchen, da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ich klau hier gleich mal einen. So. Ach ja doch, gut. Guck mal, immerhin 30. Wenn wir jetzt Glück haben, müssen wir vielleicht nur noch zweimal füttern. Aber ich denke eher, wir müssen noch dreimal füttern. So. Zack. Warum haben jetzt auf einmal die Kirschen 60 gebracht? Das verstehe ich jetzt nicht. Hatten die vorher auch? Nein, die haben doch vorher nicht so viel gebracht. Was? Auch nicht nochmal ausmisten. Das bringt nicht viel. Meinst du, wer viel frisst, der viel schisst, weil du eben so viel gefressen hast? Kommt jetzt alles wieder raus, oder was? So, Salat. Salat haben wir zum Glück auch. Das müsste nochmal ticken. Ne, das müsste weniger bringen als die Erdbeeren. Halleluja. Wir haben sie auf Level 5. Jetzt kann ich aufhören mit pushen. Yay. Blaue Augen hat sie, unsere Mira. Bereits im Jagdrennen und zur Zucht, genau. Und züchten wollen wir doch direkt auch. Zack. So. Mit Matt und Mira, die jetzt noch einen anderen Namen hat. Weiß. Wow. Ein Hengstchen könnte es werden, aber nur 13% Chance. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Wir haben noch ein Seltenes bekommen. Elia. Ist es. Zack. Anheuern. Ja, und jetzt sind wir hier im Endeffekt. Das Gras lasse ich jetzt erstmal noch da. So. Sind wir eigentlich schon fertig. Wir gehen erstmal wieder nach England. Nach Großbritannien, um hier einzusammeln die Sachen. Weil hier gibt es ja jetzt eh nicht so viel zu erledigen. Ah, wir haben einen Diamanten abgestaubt hier. Zack, zack. So, Salat. Salat haben wir hier. Den können wir uns schnappen. Ähm, ich glaube, Erdbeeren, die haben ziemlich geräumt jetzt. Deswegen würde ich nochmal Erdbeeren anbauen. So. Zack. Gut, dann sind wir hier nämlich auch schon wieder durch. Dann gehen wir jetzt noch nach Deutschland. Gut, sammeln hier natürlich auch wieder die Münzen ein. Alles klar. Übrigens, danke für den Tipp, dass man bei diesem Züchter... Nicht, nicht Züchter, ich werde das mal bei diesem... Ähm, hier, ihr wisst schon. So, einmal Münzen, einmal Rubine. Ähm, dass man da das überspringen kann, wenn man jetzt kein Pferd für die passende Aufgabe hat. Fand ich einen sehr, sehr wertvollen Tipp. So, unser Quiz. Welche Art von Muffin kannst du in der Bäckerei des Spiels erhalten? Apfel, Möhre, Honig, das sind Möhrenmuffins. Zack. Wie lautet das spanische Wort für Pferd? Santela, Caldo, Caballo. Das ist Caballo. Vervollständige das Sprichwort. Auch Schusters. Hm, hm. Eseln, Pferden, Rappen. Rappen. So, heute gab es mal richtig viel zu mampfen für unsere Pferde. So, hier sammeln wir auch wieder ein. Oh, wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Was denn? Ernte neun Trauben. Ach, guck hier, Ernte neun Äpfel schaffen wir auch noch. In Duville sollen wir einen Hengst verkaufen. Echt Pfer kaufen oder kaufen? Ist beides blöd. Ich hab grad da kein Pferd zu verkaufen. Ah, wir sind noch mit unserer Self-Rosee-Zucht beschäftigt. Naja. So, gucken wir jetzt erstmal hier. Die hier können wir noch wieder einsammeln. Ein, voll. Genau, hier oben. Über diesen Pfeil. Ähm. Da haben wir doch bestimmt wieder eine Rasse. Jawohl. So. Wie lang dauert das denn noch? 16 Tage noch. Oh ja, sind ja noch zwei Wochen. Aber es ist halt die Frage. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt davon freischalte. Das ist der Shetty. Das wäre schon süß. Genau. Und das hier können wir ersetzen. Gut, dann haben wir jetzt erst die neue Aufgabe in drei Stunden. Ich will jetzt keine 30 Diamanten dafür ausgeben. Aber es ist echt gut zu wissen, trotz allem. So. Zack. Das können wir auch direkt weitermachen. Jawohl. Wie viele von diesen Abzeichen habe ich jetzt eigentlich? 196. Immerhin. Hengst Fohlen verrückt. Ja gut. So. Und dann zum Schluss steht auch noch Doville an. So. Da ist ein Fett in der Aufgabe. Das ist aber nicht schlimm. Das ist War Admiral. Den brauchen wir eh nicht für die Zucht. Da ich gerade keine englischen Vollblüter züchten möchte. So. Ach guck hier. Kriegen wir aber gut extra Zeugs diesmal. Hier hatten wir genau ein Celle Francais. Aber. Oh Gott. Ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch. Charm. Essentiell Francais Stufe 2. Tiger ist Stufe 1. Daisy ist auch Stufe 1. Und er ist auch Stufe 1 und kein Stütchen. Das heißt, mit ihm können wir sowieso nichts anfangen. Das heißt, er wird verkauft. So. Äpfel sollten wir noch ernten. Quatsch da nicht hin. Hier wollte ich hin. So. Du hast die Aufgabe erfüllt. Zuchtmonat. Yay. 3 Saphire. Sehr cool. Wir haben einen Level Up. Komm. Diamanten. Diamanten. Bitte, bitte Diamanten. Und. Jawohl. Oh. Zwei Stück. Ah. Okay. Er will herumlaufen. Dann soll er mal herumlaufen. Okay. Alles klar. Dann hätten wir das auch. Ist wieder eine Aufgabe abgeschrieben. Ah. Streife 10 mal frei umher. Ja cool. Das gibt auch immer relativ gut Erfahrungspunkte, wenn man diese Teile abschließt. Haben wir noch Schokokuchen? Einen. Einen einzigen will er haben. Äh. Will sie haben. Boah. Das gibt viele Erfahrungspunkte. Ja. Das hätte eben mal ein Fohlen von uns fressen sollen. Mensch. Oh. Oh. Tiger hat ein Level Up. Tiger ist Level 15 geworden. Er ist fertig gelevelt. Bringt er uns auch noch ein paar Diamantchens. Nein. Er bringt uns Möhren. Aber ganze 10 Stück. Das ist auch in Ordnung. Ja. Dann müssen wir ihn ja gar nicht mehr füttern. Den guten. So. Hier. Leder kann man noch ein bisschen. Tut mir leid. Ich muss ja immer an wie Leder denken. Tut mir echt leid. So. Ein Salet schon. Oh. Level 8. Level 8 für Daisy. Und Charm. Charm bekommt noch Mais aufgetischt. Getischt in Anführungsstrichen. So. Gut. Und jetzt können wir ja rein theoretisch. Erstmal wieder die Apfelbäume bestücken. Das hätte ich fast vergessen. So. Zack. Zack. Rein da. Und nun. Charm. Ihr habt mir gesagt, ihr sollt mal zuerst die Stute reinziehen. Wir versuchen es mal. Aber ich habe bislang schon bei beidem Erfolg oder Misserfolge gehabt. Von daher. So. Züchten. Und es ist ein Hengst. Es wäre wieder ein Hengst. Wenn es denn überhaupt klappt. Mit dem Stufe 2 Cell Francais. Aber es ist in dem Fall sowieso egal. Hat auch nicht funktioniert. Leider. Das ist ein Stütchen. Sehr gut. Okay, ihr Lieben. Damit haben wir aber hier für heute eigentlich schon wieder alles erledigt. Wir sind recht weit gekommen. Ähm. Warte mal. Ach nee. Mit ihm können wir ja nichts mehr machen. Ups. So. Ja. Hier sind wir rein theoretisch fertig. Ähm. Wir könnten nochmal Honig. Könnten wir nochmal machen eigentlich. Ansonsten brauchen wir irgendwann mal Honig. Und dann haben wir keinen. Und. Der Letzte. Gut. Damit sind wir jetzt aber wirklich fertig für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen die Folge. Und. Was hat es mit dem Club auf sich? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich bin schon sehr neugierig und gespannt. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020